Willkommen hier zurück im LP von State of Decay Lifeline So, nachdem wir eine Kameradin leider Gottes verloren haben, müssen wir jetzt mal versuchen, dass wir mal neue Mitglieder bekommen So, und dann versuche ich auch mal mein Bestes, Besten, nur gerade mal einen Blick auf die Karte werfen Das hatte ich ja in der letzten Folge ja schon mal gemacht So, da hätten wir hier die Habseligkeiten von Hawks, weil ich, ja, Hawks, also der Verschorbenen Und hier gestrandeter Soldat, ich glaube, da gehen wir jetzt mal als Assis hin Äh, wir gehen alleine, ja, das müsste eigentlich machbar sein So, ah, halt so So, herhört sich zu dumm Zack Okay, was, hat das halt gepasst So, den auch noch im Snacken hier Oh Das war jetzt mal ein Fail Zombie Horde alarmiert, scheiße Okay, jetzt mal das Banty So, ich muss Ach, in die andere Richtung Scheiße Und hier fliegt die Ego und Helium, ich weiß jetzt gar nicht wo Ah, ich sehe ihn auch, naja, egal Bin ich doch komplett falsch Ach so, hier Oh Mann So Ich spiel das ja, naja, doch nicht zum ersten Mal Aber trotzdem ist es hier noch ein bisschen verwirrend Hier den richtigen Weg hier So Wir haben es zum Glück auch nicht weit Hier die Straße entlang Und Dann Müsste jeden Moment hier irgendwo Halt Hier runter Zack Hoppla So, bisschen holprig Ziele erreicht Jetzt müssen wir den Kameraden nur noch suchen Beziehungsweise den neuen Kameraden So Versteckte Wichter Wahrscheinlich hat der gerade auch Probleme Oder ist gerade am Kämpfen Hier im Gebäude gleich drin Mal sehen, was jetzt passiert Oder ist er steht da einfach nur da Sogar zwei Oh, perfekt Was ist Ihr Status? Wir sind alles, was noch ist von unserer Unitung Wir können ein paar Orten benutzen, Herr Jawohl, die schließen sich mir an Perfekt Zwei, äh, frische Soldaten Zwei Männer Die können da schon mal kräftig mit anpacken So Der eine hat sogar einen Soldatenhelm auf Finde ich auch Nicht schlecht Halt, der ist nur ein zweiter Ach, das war jetzt ein bisschen doof Gehe ich doch mal wieder hier rein Das Auto Und das sieht noch recht in Ordnung aus Hallo? Was macht ihr denn jetzt? Okay Jetzt lauft die außen rum Wow Okay Oh, oh Scheiße, scheiße Scheiße Wo ist er? Das ist auch so ein gepanzerter Soldat Ein Zombie Irgendwie treffe ich halt gar nichts Oh oh Sehr gut Die haben mich schon mal getötet So, jetzt steigt er dich ein Wir haben's eilig Okay So, dann bringen wir die beiden mal zurück Die Herrschaften Zack Hier hoch Hier hoch So So So, dann will ich mal gucken Dass ich Mal mir irgendwie Baumaterialien Beschaffe Damit ich mal die Basis irgendwie ein bisschen erweitern kann Das wäre schon ganz schlecht Und 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 Schaffen wir das? Nee Schaffen wir natürlich nicht Scheiße Ja, jetzt habe ich wieder Amsonsten Auto Ja Oh Gott Zack Boah Nein Tötet sie Danke sehr So Hier rum Füpf Und Oh geil Den Van nehme ich mir sofort mit Das sind die stabilsten Eher noch Kommt, steigt ein Meine Güte ey Der Brauch ja für das Und jetzt Stirb Brauch ja fürs Einsteigen Ja, ne halbe Ewigkeit Okay, gut Jetzt sind wir ja schon mal An der Basis So Wo fahre ich dann Mit dem Auto am besten rein Tja Hier drüben vielleicht Nee Ist auch ein Zünder Scheiße Moment Dann muss ich mal gucken Dass ich irgendwie In den doch Außenrum noch fahren kann So Dass ich da Das Ah ja hier Perfekt So Schön das Auto Hier in die Safe Zone Praktisch stellt Pasiert auch nichts mehr So Perfekt Gut Jetzt sind wir Glaub ich Zu 7 So Donovan Donovan Wolton War nicht Am Anfang An In der Einheit Aber ist Fähig Und bereit Zu kämpfen Ah ja Okay Ich hab jetzt erst Gelesen Breit Zu kämpfen So Rekrutiert Weit So Okay Perfekt Zwei gesunde Typen Sieht man nicht so aus Dass sie infiziert werden All right Survivors We have our first caller Caller you're on the air Tell us your situation My family and I are hold up in a building near our house We only made it a few blocks before they boxed us in Please Anyone I can't watch my family die This is what the army left behind when they ran away Now it's up to you listeners out there We will broadcast their location until you tell us they're safe If you've got the means get over there and help out You know there ain't no civilians who can roll up on a horde and just clear it out for these people It's us or nobody Okay Okay Also ich denke ich fahr doch dahin Dass Man weiß ja nie was das für Sag ich mal Personen sind Ziehen Personen Wart mal Ist denn hier Koordinaten oder was Nö Oder Ah gestrandeter Flüchtling Ah Okay Moment er ist hier ganz in der Nähe Ich nehme noch einen Soldaten mit einfach Ich nehme mal den mit Kommst mit und du hilfst Sooo Ich weiß nicht Zu Fuß Ah ja komm Das ist ein bisschen Passt Lass mich nur gucken dass ich gerade in die richtige Richtung glaube Ja Ja Perfekt Ist ja dann direkt hier vorne schon Mal ein bisschen aufpassen auf die Munition Ja Mensch auch Unendlich leider Bingo an Ammo Das ist ein bisschen zu viel jetzt Dem müssen gerade helfen und komm Zaaack Scheiße hau in die Fresse hier Zaaack Das tut ich um den anderen Das ist dann Loll Der hat einen Kantana Oder Katana Ich weiß jetzt gerade genau wie das ausgesprochen wird So wo ist denn der Fischling hier Das ist der hier Warte mal wo ist denn der Beutel da drin So ist ne Tustel wahrscheinlich So es sei denn es ist ne Tunte So komm Rein hier Okay Zack Zack Ah okay gut Die sind durch den Grettin Jawoll Mecker nicht Ich glaube da bin ein paar Sachen zu untersuchen mit Baumaterial Das sehe ich gerade Ich glaube ich Oder es ist ein Safe Oder was Ich muss gerade schauen Mein Hilfssoldater Der schafft Der schafft das Eigentlich Zack Zack Guck Lass du den Gettin bitte alleine Leine Ja Ein bisschen Gett die zeit Ja Okay Also Kann man auch jetzt schnell durchsuchen Dann wird jetzt eigentlich nichts passieren Okay Das nehmen wir uns mit So Dann war ich hier Und eben Einmal mal durchsuchen Oh ne granate Geil. Haben wir noch viel Spaß, wenn wir da machen. So, dann haben wir hier noch einen Schreibtisch, den wir untersuchen können. Mal ein bisschen auf die Seite stellen. So, und dann bringe ich auch gleich die Überlebende einfach mal zurück. Warte mal, lasse ich hier. Kommt, bringt euch an. Okay, perfekt. Was haben wir noch hier? Da ist ja nichts mehr da. Okay, warte mal, dann kann ich doch, wie war das, mit altem Ruf nach Plündern. So, jetzt hier kann ich noch Ressourcen lassen. Alles klar.